Hallo. Ja, ich lebe zur Zeit total zurückgezogen, weil ich meine Mutter pflege. Ich darf noch zu ihr in ihrer Pflegestation als pflegende Angehörige und damit ihr nichts passiert und den anderen 500 Leuten hier im Seniorenstift lebe ich gerade sehr zurückgezogen und das Härteste ist, sie aufzumuntern und ihr die Angst zu nehmen. Das ist das Wichtigste und Schwierigste. Hallo Mutti, ich bin's. Hallo.